Das wäre jetzt also ein weiterer schöner Gletscher auf der Beigelkanalfahrt, wo es sehr eindrücklich ist, das können Sie sehen und das Wetter hat also aufgerissen, die Sonne scheint und es ist eine grosse Freude geworden, das alles können Sie hier sehen. Und das ist der erste Gletscher, der eigentlich fast das Wasser berührt. Die anderen Gletscher sind eigentlich mehr ein wenig oben nahe gewesen und ein wenig weiter zurückgezogen. Aber jetzt ist doch der erste, der fast das Wasser berührt, was doch ein schönes Bild ist. Stopp! Stopp! Oh, ich schloss.